Musik Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Bad Wars, diesmal nur mit Maler alleine. Du nimmst ja schon wieder auf. Ich nehm schon wieder auf. Alles klar, cool, cool. Hallöchen liebe Freunde. Und diesmal sind wir in einer zweier Map-Konstellation, also zwei gegen zwei gegen zwei gegen zwei. Und wir sind Team Gelb diesmal. Guck mal, da oben sind wir, ganz episch. Okay, das konnte ich jetzt nicht zeigen. Wo kann man hier einsammeln? Ach, hier oben. Hier oben. Okay, ich bin bei einem Borussia. So, pam. So, ich werde jetzt ein bisschen auf Rushen gehen. Ich werde ein bisschen auf Deffen gehen. So, und werden mir erstmal ein paar Blöcke... Hier ist das Kaufsystem auch ein bisschen einfacher. Ach du Scheiße, wo ist denn hier was? Was machst du? Ja, du musst nur draufklicken, was du haben willst. Ob du Blöcke haben willst. Und, what? Ich hab meinen Sandblock. Wo muss ich hier hin? Und wo ist mein Blatt? Wo ist unser Bad? Wo ist Blatt? Unser Bad? Unser Bad. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, was gerade, wo unser Bad ist. Ich glaube, hier gibt es keine Mitte. Nein, ich glaube auch nicht. Oh, da ist schon einer runtergefallen. Ich baue mich jetzt einfach mal irgendwo hin. Nee, stimmt. Es gibt immer nur diese kleinen Goldinseln. So, du sammelst schon Equip für Rüstung und Spitzhacke und so, ne? Ich wollte erstmal unser Bett einbauen. Oder so. Oh, hier ist schon Lila. Ich kann. Er wird mich natürlich... Okay, er lässt mich in Ruhe. Egal ob Nutella oder Erdbeerzeug, ich schicke dich zurück in die Steinzeit. Liebe Grüße hier an dich, Dübby. So, ich hab einen schon mal runtergehauen. Ich komm mal mit zwei Eisen wieder. Nice. Auf jeden Fall hab ich schon mal rausgefunden, wo Lila ist. Okay, der kommt und hier kommt wieder Gold. Fuck. Ich bin gerade auf der schlechten Position. Ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's. It's a trap. Ich versuch ein... Ha, jetzt ist er auf der schlechten Position. Ha, ha. Uah. Ich hab zwei Gold. Nice. Okay, die kommen, die können kommen. Was? Ich bin runtergefallen. Warum? Nein, ich auch. Fuck. Gegenfrage, warum? Ich bin nicht gesprungen. Hast du unser... Nein, hast du nicht. Okay. Ich hab das Bett zugemacht. Okay. Sehr gut. Ähm, ja, die kommen, die kommen, die kommen rüber. Ich geb dir die Krippe, ich geb dir die Krippe hier. Mach sie fertig. Äh. Er kommt nicht. Okay. Aber ich brauch Blöcke, um rüber zu kommen. Aber der entschwert. Ich will doch nicht rüber. Kannst du später, kannst du später? Warte hier. Nee, aber ich kann dir schon mal ne Rüstung geben. Gut. Ähm. Schwerter... Nee, ähm, Schwerter kann ich erst mit Silber. Das heißt, ich brauch jetzt erstmal ein paar Blöcke, um wieder da rauf zu kommen. Ja. Ja, Eisen, Eisen, Gold. Okay, dann versuch ich jetzt mal ein bisschen was zu holen. Für ne Spitzhacke brauchst du was? Für ne Spitzhacke? Warte, ich geb dir eine. Ja, nö, da brauch ich jetzt gerade nicht. Achso, achso. Dann nicht, ist okay. Aber ich hab zwei Gold. Okay, da ist die Insel von Lila. Ich lass nur einen Eingang auf, ne? Okay, er kommt, er kommt, er kommt. Oh, die haben Bogen. Scheiße. Komm hier grad nicht weg. Der hat's voll auf mich abgesehen. Okay, ich versuch's, ich versuch's, ich versuch's, ich versuch's. Holy shit, ich hab's überlebt. Du bist wieder da. Ich hab auf jeden Fall drei Gold. Äh, ne, zwei Gold. Für nen Bogen brauch ich drei. Fuck. Scheiße. Ah, ich kann mir schon mal einen Pfeil holen. Kisten, kann ich mir schon mal eine normale holen. Schwerter. Ah, vier Eisen. Füllt genau ein Eisen. Opfer. Aua. Okay, ähm, Kiste. So, Pfeil auch. Er spammt uns zu, oder? Ja. Ja, er kommt. Au, fuck. Fuck. Ja, hab ihn. Er ist down. Schön. Hab auch nur noch ein Herz. Also, was zu essen wäre jetzt echt gut. Nicht so schön. Essen, 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 essen. Da, Nahrung. Hol ich mir mal ein paar Steaks. Gute Idee. So, aber die werden jetzt versuchen, weiter rüber zu kommen. Ähm. Wir könnten uns auf die andere Insel dort drüben rauber bauen. Da können wir ein bisschen beruhigter. Farm. Ich werde das mal machen. Okay. Okay, Lila wird schon wieder rüber kommen. Aber wird gespammt mit dem Bogen. Okay, in grün geht jetzt auch rüber auf die Insel. Okay, die werden, die kommen jetzt zu zweit hier rüber. Ich hab einen Eingang von uns mal dicht gemacht. Okay, der hat mich dicht gebaut. Pass auf, er kommt. Wo ist er? Hast du ihn? Ja, warte, 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 warte. Alter, was ist... Ne, ne. So, der eine ist tot. Hab ihn. Ja, nice. Okay, das ist nicht mit uns, Freundchen. Nicht mit uns. Niemals. Ich... Ah, komm, wir könnten uns da jetzt rüber bauen. Allerdings bauen die sich auch da schon rüber. Wir müssen jetzt erstmal Lila irgendwie aus dem Weg schaffen. Okay, Lila rüstet sich gerade nur neu aus. Hast du Spitzhacke? Ne. Hab ich gerade verloren. Ach, warst du tot? Ja. Ein Gold, zwei Eisen, sieben Bronze. Beim Respawn hab ich ihn noch killen können. Okay, da kommt er schon wieder... Ne, er kommt da von oben. Ich hab ne Spitzhacke, willst du? Ich hab auch eine normale. Okay, warte, ich packe jetzt erstmal ein paar Sachen ein. Zack, 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 zack. Er kommt, er kommt, er kommt. Ich versuche ihn runter zu kicken und er ist unten. Gut, alles klar, ich geh. Boah, ey, ihr mit euch scheiß Blöcken hier. Ha, Fall mal. Ich könnte das Eisen jetzt... Nein, 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 nein. Nein, ich bin runter gefallen. Fuck. Nur Spitzhacke und Holzschwert brauche ich. Spitzhacke kann ich dir so geben. Okay, gib ihm Schmerz her. Ah, fuck, Eisen. Ja, wir haben sogar noch zwei Eisen. Die kommen wieder, die kommen wieder, die kommen wieder. Gut, er ist down. Gut. Packst du schon mal zwei Schwerter in die Kiste? Ja. Also zwei Eisen haben wir noch. Sicherheitsweise. Achso, hier Schwerter oder? Ja, Schwerter. Gut. Gut, er ist down. Er ist auch down. Fuck. Und Spitzhacke gerne auch wieder. Jo. Ah, fuck. Okay, kannst... Alles in die Kiste, ne? Ja, ist alles drin. Gut, sehr gut. Er kommt wieder, er kommt wieder. Ja, ich gehe jetzt auch wieder. Weil er denkt, ich bin jetzt auch nicht mehr geequipped. Ich rüste einfach immer wieder nach. Sehr gut. Also Lila sollten wir kriegen. Lila sollten wir kriegen. Okay. Komm, bau ab. Ja, Lila ist down. Schön. Sehr gut. Lila ist komplett down. Ich komme zurück. Das heißt, sie haben die Insel für uns. Ey, nice. Alter. So. Die haben sich das Gold hier eingebaut, ey. Dass man nicht mehr ans Gold kommt. Pink kommt jetzt... Ist gerade auf der anderen Seite. Ne, geht aber zurück. Ha, heilige Scheiße. Ich habe jetzt sechs Eisen, zwei Gold. Ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen stehen bleiben. Ja, geil. Alter. Alter, Adrenalin pur. Adrenalin pur. Okay, die beiden haben... Also wir und die anderen, die haben irgendwie... Hä, sind wir die Einzigen noch mit dem Bett? Scheint so. Oh, geil. Ja, gelb. Ja. Sehr geil. Krass. Und die sind freaky. Krass, ich kann mir jetzt einen Bogen kaufen. Für drei Gold. Einen Pfeil haben wir noch. Kann ich mir jetzt mal eine Spitzhacke für zwei Eisen gönnen. Und ein Schwert für sechs Eisen. Joa, komm. Gönn dir. Rüstung. Heb auch noch ein bisschen was auf, ne? Ja. So, perfekt. So, einfach mal alles rein, was ich jetzt gerade nicht brauche. Wieso habe ich so viele Hosen gekauft? Schwert, das Pfeil. So. Ach ja, und was zu essen wäre natürlich nicht schlecht. Das Schöne an der Map ist, du kannst dein Bett nicht so richtig einbauen. Ja, das stimmt. Du schmeißt sie einfach mit in den Bett. Ach, guck mal, was von oben kommt. Oh. Wenn du D triffst, das ist ja so nice. Das wäre aber episch. Ah, ich glaube, meine Pfeile kommen nicht hoch genug. Nee, meine Pfeile kommen nicht hoch genug. Keine, keine schlechte, schlechte Taktik von ihm. Wenn er jetzt eine Enderperle hat, ist das gut. Aber weißt du was? Das können wir auch. Meine Pfeile kommen nicht hoch genug. Ich brauche Blöcke. So. Warum nicht da unten eine Flasche? Keine Ahnung. Haust du ihn jetzt runter oder was? Ach so, du machst das jetzt auch. Nee, ich will mit einem Bogen, dass ich da rankomme. Ach so, das war jetzt doof, dass ich es vorher brauche. Er hat auch einen Bogen, er hat auch einen Bogen. Nein. Er baut sich höher, damit ich nicht mehr rankomme. Ja. Er fällt. Ach krass. Hm? Hä? Warum gleitet er so langsam runter? Ach, hat er inger Tool. Nur gleitet er immer weiter nach draußen. Weil ich ihn immer wieder mit einem Bogen getroffen habe. Ach guck mal, da hinten versucht er jemand anderes das noch. Die versuchen jetzt alle über Luftangriffe. Ja. Was für ein Tool gibt es denn da für Federfall? Weiß ich nicht, ich schaue mal. Okay, da komme ich jetzt auch nicht mehr ran. Aber weißt du was, wenn die da mit... Fallschirm. Wenn die da mitkommen, ne? Können wir doch eigentlich easy peasy von unten kommen. Eigentlich schon. Ja, aber die haben doch sowieso keine Betten mehr. Also müssen wir die eigentlich sowieso nur noch schlagen. Stimmt. Hupsi. Jetzt habe ich mir voll die falsche Scheiße gekauft. Also brauchen wir nicht mal mehr irgendwie unsere Base verlassen. Weil die kommen eh zu uns. Ja, weil wir die Gefährlichsten sind, ne? Ja. Aber es ist nur noch rot. Es ist nur noch der Typ da oben. Ja. Pass ihn kaum. Ja. Können wir derzeit uns ein Paradies-Schloss aufbauen. Echt so, ne? Warum liegt hier eigentlich eine Glasflasche? Aber weißt du was, was ich jetzt nochmal ganz aus Trotz mache? Boah, jetzt wäre ich fast runtergefallen, weil du da eine Placke gesetzt hast. Alter, das wäre so witzig gewesen. Ich hole mir jetzt nochmal, boah, 14 Gold. Oh, gerne. Kannst du dich auch nochmal mit dem Bogen ausrüsten. Hätte ich gerade sagen, ich hätte auch noch gerne mit dem Bogen. Können wir ein bisschen hier Tontopf schießen auf ihn machen. Mach auf jeden Fall die Lücken hier überall bei uns weg. Habe ich gerade vor. Ja, Tontopf schützt. Ja gut, wenn er langsam fällt. Das Witzige ist, wenn du ihn triffst, dann fliegt er immer weiter weg von uns. Ja. Alter, 13 für Punch 1 und Power 1 Bogen. Das wäre, das ist ja übel. Ich mache dir jetzt erstmal einen Infinity-Bogen. Ja. Und einen Pfeil. Ähm, was gönne ich mir dann so an Spitzhacke? Ach komm, wir nehmen mal eine Spitzhacke Nummer 3. Und an Schwertern nehme ich dann mal, ach komm, Sharpness und Nuckback. Unbreaking und Sharpness 2. Yo, jetzt ist er da und versucht mich abzuschießen. Er ist da. Ja. Ich schmeiß dir mal, ähm, Bogen und Pfeil in die Kiste. Und den ganzen anderen Stuff, den ich nicht mehr brauche. Er spammt einfach nur oben mit dem Bogen rum. Oh, soll er? Nein, Enderperle, Enderperle. Enderperle? Ja. Und er ist unten. Ja, das heißt, wir haben gewonnen. Yay. 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 GG. Ich habe nie meinen Bogen bekommen. Doch, der liegt in der Kiste. Oh, dem will ich noch sterben. Das war eine kurze Liebe. 13 Minuten können wir eigentlich so stehen lassen. Oder sollen wir noch versuchen, eine Rush-Runde zu machen? Nö, sieht gut aus. Können wir so stehen lassen, ne? Ja. Alles klar. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Ich fand die Runde jetzt irgendwie chillig. Vor allem das mit Lila. Eine gute Auseinandersetzung. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, nö? Tun wir das? Was war das für ein komisches Geräusch? Was? Ich habe gerade irgendwie so ein Geräusch gehört, als ob eine Maus hinter mir irgendwie gestorben ist. Ja, liebe Leute. Nicht wundern, heute ist irgendwie der Wurm bei uns drin. Irgendwie schon. Oder die Maus. Oder die Maus. Schaut auf jeden Fall bei Malle nochmal vorbei. Tut es nicht. Tut es nicht. Alles klar, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Haut rein, ciao.